Servus zusammen, ich bin ein bisschen früher, wir haben den 7. August, Mittwoch 17.19 Uhr, aber ich gehe heute Abend noch auf die Jury und dafür muss ich mich noch ein bisschen aufhübschen. Nicht, dass ich schlecht aussehe, aber ich brauche immer länger dafür, mich aufzuhübschen, ganz furchtbar. Das Alter, das erzähle ich. Heiße Woche, das allererste Mal vorweg, die immer wieder angesprochenen Sparpläne habe ich komplett zugemacht. Zugemacht heißt, ich habe all die ausstehenden Raten, die ich seit Januar nicht gemacht habe, jetzt komplett zugemacht. Ich habe jetzt alles gekauft, ich habe in dem Jahr gar nichts gekauft, bis einschließlich August. Dann habe ich letzte Woche, was war das? Doch, letzte Woche habe ich dann angefangen, bei 17.900 zu kaufen, 800.700 und dann hatte ich Glück am Montag. Dann habe ich den Rest bei 17.250 zugemacht. Kein Riesendeal. Ja, es sind 400 Punkte. Aber ich habe die jetzt erstmal zu, aber ich überlege mir, was mache ich am Ende des Monats, das weiß ich noch nicht. Das kann ich noch nicht sagen, vielleicht lasst du da nochmal einen Spruch zu los. Nur für die Leute, weil ich kriege immer mal wieder Mails, was machst du denn zu dem Zeug? Ich habe das jetzt also zugemacht, das heißt, wir haben alle Raten bezahlt, es ist nichts mehr offen. So, und hier haben wir den DAX. Die blauen Linien sind die FIBOS vom Ende Oktober letzten Jahres. Und damit zoome ich jetzt hier mal ein bisschen ran. Da fallen verschiedene Dinge auf. Fangen wir mal mit den FIBOS an. Ja, wir sind etwas unter das 38er Retracement gekommen, ein bisschen weiter rein. Da sind wir jetzt ungefähr so bei 44, 45 gewesen, ja. Hat zumindest gehalten, auch mit Schlusskurs. Die 200-Tage-Linie wurde zweimal unterboten, wird heute wieder zurückerübert. Ich persönlich schaue nicht drauf, aber wir wissen, wo sie ist. Wir sind aus dem Band raus und mit heute wieder ins Band rein. Die Bänder gehen heftigst auseinander. Und jetzt hier fängt es schon an, so ein bisschen in die Horizontale zu gehen. Das ist noch kein Superkaufsignal, so möchte ich es formulieren. Dafür schaue ich halt immer noch auf die anderen Sachen. Das MZD hat einen langen, kurz und mir fehlt noch der morgige Tag, um zu schauen, ob es wirklich jetzt noch mal kürzer geht. Also es ist noch, es ist in Stabilisierung begriffen, aber mehr nicht. Und ich bekomme auf relativ tiefem Niveau ein Kaufsignal auf die Stochastik. Hätten wir keine geopolitischen Schwierigkeiten, würde ich sagen, der Markt korrigiert, wir sind dieses schraffierte Feld hier rein. Das hier, wo ist denn die Maus jetzt hier? Das da ist die 17930. Die hatte ich immer wieder erwähnt und da habe ich auch eine Linie hingezogen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir das sehen. Also habe ich auch kein Problem mit das zu glauben. Wir gehen momentan hier und da in einzelnen Werten noch heftiges runter. Heute mal Supermicro oder Airbnb oder Evotec. Die Puma liegen auch ganz grottig. Aber andere holen sich schon, sind schon wieder auf dem Weg, sich das zurückzuholen, was ich verloren hatte. Und da hat der DAX noch ziemlich Platz. Wenn ich es richtig gesehen habe, ist Toklo jetzt auch wieder genau da, von wo aus sie nach unten gestartet sind. Als wäre nichts gewesen. Aber immerhin weiß jetzt jeder von uns, was ein Carry Trade ist. Also ich glaube, wenn ich das hier so sehe und der Morgen, das ist für mich ein Stopp. Die 17314, da darf er jetzt nicht mehr drunter gehen. Wenn der aber hier bleibt, innerhalb der Kerze oder sogar noch leicht drüber geht, wird die 20-Tage-Linie fallen. Die fällt momentan 50 Punkte pro Tag. Aber trotzdem wird dann auch das obere Band einknicken, was für mich ein gutes Signal ist, wenn es geht in Verbindung mit dem MACD, dass wir also hier in diese schraffierte Linie reingehen können. Im Extremfall wäre es anschließend dieses Gaps. Und dann sind wir bei 18088. Das ist eigentlich das, was ich erwarte. Das ist für mich kein Markt, wo ich short gehe. Das mache ich vielleicht mal für 50 Punkte. Aber das mache ich nicht. Da haben mich einige gefragt, wie ist denn das hier Hand aufhalten und so. Wenn solche Märkte runterkommen, halte ich nicht die Hand auf. Das mache ich nicht. Was nehme ich jetzt mal für ein Beispiel, damit ich das mal erklären kann. Wo ist ein ASML? Hier. Das ist ASML. Die waren bei 1020 vor einigen Tagen. Wann war denn das? Am 11.07. Und dann sind die hier am Montag runtergefallen. Diese Kerze geht von 750 und jetzt leicht auf 650. Wenn wir hier reinkommen, irgendwo, irgendwie, wüsste ich jetzt nicht, muss ich jetzt bei 700, bei 690, 80. Ich mache das nicht. Ich halte da nicht die Hand auf. Es sei denn, von hier hinten kommen irgendwelche Unterstützungen. Ich warte und dann gehe ich über einen Halbstundenchart oder Stundenchart, bis sich hier irgendwo was Grünes ereignet. Also bei euch ist Grün, bei mir ist es Weiß. Was Grünes oder Weißes ereignet im Sinne von positiv. Da warte ich drauf vor, mache ich das nicht. Und dann probiere ich das aus. Also ich habe das gemacht in Nordex. Die waren, habe ich gemacht bei 1220. Die waren runter auf 12. Wo sind sie jetzt? Bei 1360. ASML habe ich mit 680 gemacht. Ja, und ihr seht, wo sie jetzt sind. 795. Ich habe überall, da waren auch andere Werte. Deutsche Bank, iShares India. Das ist ja mein Indien-Sparplan. Das Einzige, was wirklich schlecht läuft, das ist Caring. Da kommt irgendwie keine rechte Stabilisierung rein. Das ist doof. Ich habe das also gemacht, aber alle Positionen habe ich jetzt schon wieder ein Drittel verkauft. Ich habe nicht alles glatt gemacht. Ich wollte, aber ich dachte, nee, das lässt sich jetzt mal laufen. Die Stops liegen aber schon alle im Gewinn. Von daher passiert da nicht so viel. Aber ich gehe mal zurück in den DAX. Also ich sehe wirklich, dass er noch ein bisschen Potenzial hat. Aber die ganze Geschichte hier, was wir hier gerade mit Cary Trades und Trump und Amerika waren und Geopolitiker haben, das ist immer noch nicht vorbei. Ich habe immer noch eine 16.800. Hier ist es das 50er-Trace mit dieser Bewegung. Die habe ich immer noch auf meiner Liste. Und die hätte ich gerne abgearbeitet. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir hier hochgehen, rangehen und dann nochmal hier drunter gehen. August und September sind die nachweislich wohl schlechtesten Börsenmonate seit Jahren. Und also ich bin jetzt, ich bin was long, jetzt bleibe ich long, aber das ist wenig. Ich bin mit vielleicht 10% jetzt noch investiert, aber höchstens. Wenn da was passiert, bringt mich das nicht um. Die Scheine sind die gleichen wie am letzten Freitag. Ich sehe jetzt auch keinen Sinn, warum ich die jetzt irgendwie nennenswert ändern sollte. Die Hebel sind moderat. Da muss ich nichts machen. Ich lasse mal ein bisschen stehen. Das ist also für mich das Maximum hier. Da hier die 16.088, mehr glaube ich nicht. Aber heute hier und jetzt darf ich dem Markt nicht short gehen. Sehe ich nicht, dass ich das tun sollte. Ich wünsche euch ein Happy Trading und eine fette Beute. Bye, bye.